Willkommen zurück zu meinem Let's Play Stellaris, die fünfte Folge. Das letzte Mal haben wir vor allem unsere Umgebung weiter erkundet. Wir sind hier in einem von den äußeren Armen und selbst die haben wir noch nicht wirklich erkundet. Unsere zwei Forschungsschiffe gehen nach oben und nach unten in dem Arm. Und wir haben jetzt unser erstes Kolonieschiff in Auftrag gegeben. Das wird versuchen Enim zu erforschen, äh zu kolonialisieren. Schauen wir mal. Okay, noch eine Anomalie. Diesmal wieder beim Zweier. Beim neueren von den beiden. Strong Energy Emission of an unknown origin make this asteroid stand out from the rest of its peers in this crowded asteroid field. Naja, dann researchen wir doch glatt. Es scheint jetzt nicht so gefährlich zu sein dort. Anomalie found. Hey, noch eine Anomalie. So, was haben wir bei der einen Anomalie gefunden? Äh, ist Pogged Mark with craters from weapon blasts and appears to have been used as a target range by someone roughly two millennia ago. Okay, dieser Asteroid werde offensichtlich erschüttert. Versidual energy reading suggests they tested increasingly exotic weaponry. Including subspace bombs and some kind of singularity generator, scientists would be interested in studying the unusual energy echoes that remain. Hmm, interesting. Research complete. Stop, 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 stop. 12% risk. Hmm. Hmm, 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 hmm. Scanning the star and where is a small object in rapid orbit. Its small size and high velocity make it difficult for our senders to isolate. Naja, das researchen wir auf jeden Fall. So, haben wir mal nie gefunden. Technologie fertig. Yay, wir können jetzt Mineralien Silos bauen. Jetzt schauen wir mal, was wir noch... Oh, noch zwei. Was kann Garantium plus 10% Weapon Damage. Hm. Ja, ist jetzt alles nicht so. Da haben wir noch mehr Mineral Storage. Und Spaceport Level 2. Hm, das klingt auch sehr schön. Könnten wir natürlich da die Nanakomposition jetzt mal fertig machen. Oder die Nuclear Missiles. Das geht schneller. Hm. Oh, und das ist außerdem Raketentechnik. Können wir den da durch den da ersetzen? So, und du erfährst dann das. Haha. Du kriegst plus 21%. Weil du Raketentechniker bist. Hahaha. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bei einem Spaceport Level 2 klingt sie einfach sehr schön. Na gut. Machen wir weiter. Hm. Da müssen wir dort tatsächlich eine Station hinbauen. Hey. Wir haben erkannt, worum es bei diesen Epsilon-Dingern geht. Um Weltraumarmöben offensichtlich. Die Entities encountered by our fleets some time ago are space-borne forms of life. Quickly nicknamed Spacearmöben. Following an analyst's gross misreading of initial sensor output. Die Creature ist in fact larger than the average Klak-Nak-Praki-Corvette. Hm. Okay. Die Dinger sind größer als unsere Raumschiffe. Further studies warranted. We may choose to either remotely monitor the creature and its skin from Klak-Nak-Stab. Or attempt to swiftly bring down a specimen to study and eventually commercially exploit its remains. Hm. Wir könnten sie erforschen oder killen. Inspector of Leeds to make short work of the creature. Naja, ich weiß nicht. Irgendwie schauen die Stärke aus als wir. Issue a special project for remote space amoeba study. Hm. Wie schon gesagt, wir sind Forscher. Situation log updated. Was können wir machen? Wow. Wir können nochmal 100 Forschungspunkte reinstecken. Und hoffen, dass irgendwas rauskommt. Na gut. Und Shells. Achso, wartet mal. Mist. Ich bin so dumm. Heimi, Heimi, Heimatplanet. Nein, Kolonieschip ist eh noch nicht fertig. Gut. Ich habe schon befürchtet, dass das Kolonieschip schon fertig ist. Mhm. Okay. Was? We have gotten a report from science officer Xasbek Umlatica. It seems that a ceramic container circling the star Kipolan. Most peculiar. It should obviously not be there. Yet somehow it has managed to find its way into a close orbit. A special project can be issued to investigate the container and try to deduce how it ended up there. A conundrum worth investigating, although all questions don't have worthwhile answers. Influence gained. Ah, wir wollen alles wissen. Improbable keramics. A scientist has skilled two or higher as one science ship in orbit. Okay. Oh, stop tracking. Na bitte, du bist ja perfekt geeignet dafür. Mach gleich weiter. So, damit haben wir jetzt alles in unserer Reichweite. Aber, sobald wir das Kolonieschiff haben, wollen wir sowieso dort das nächste, das nächste, den nächsten Planeten bauen. Äh, Kolonie bauen. Und dann kann man von dort weitermachen. In die Richtung. Lurus zum Beispiel. Hm. Na das ist dort ganz schön lange. Hm. 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 Oh, der ist auch schon Level 3, sehr gut, sehr gut, sehr gut, meine zwei Forscher sind Wahnsinn. Wir haben auch immer ein Energieproblem. Irgendwas müssen wir dagegen tun. Fassinating indeed, giving the following effects, energy credits plus 5%. Yay, wie machen wir Energie ab jetzt. The space amoebas, the name has stuck as the pronunciation of the proper xenotaxonomic denominator is too unwildly for the average Klucknuck-Prak, are solitary animals when left to their own devices. All but the youngest specimen are accompanied by quasi-independent flagella organisms spawned by the amoeba and programmed through liquid RNA-laced secretions to the bidding of the host. These flagella are capable of manipulating and even attacking objects in an impressive yet distributed range around the host, periodically returning to lodge inside the host amoebas body for reprogramming. There are potential military applications of the graceful patterns of circulation apparent in the flagellas movement. Okay, let's give the energy credits. Oh, yeah. Okay. Tja, ja. Was ist nicht viel. Los Science Ship, go, go, go. Hey, noch eine Anomalie. 15%. Hm. So was riskieren? Aber ja. Ich hoffe es fliegt nicht irgendwann mal ein Schieb am Nakel von mir in die Luft. Können wir diese Amöben eigentlich noch weiter erforschen dann? Mhm. While approaching Abrade 1, the KKK Hucklgrub Mezzotix suddenly received a glancing hit by several passing mass-driver rounds Noceos. The projectiles were billions of years old and based on their trajectory, they appeared to be stray rounds fired from a neighboring galaxy. After missing the intended target, they continued on their journey for untold millennia until today. The rounds we have recovered are an advanced design despite the incredible age. Okay. Incredible. We have engineering research gained. Das ist wirklich incredible. Das hilft uns beinahe weiter. Na bitte 10%. Unsere Forschung hat das gemacht. Wir haben ein Colony Spaceship. Noch eins gleich? Gute Frage. Ja, brauchen wir gleich noch eins. So, Spaceship. Schauen wir mal. Kolonialisieren wir diesen Planeten, hm, ich würde ganz gerne hier her, dann können wir vier beeinflussen und hier haben wir ein wenig, ja, wie nennen wir diesen Planeten? Hm, unser Hauptplanet heißt Klaxnackstab, das heißt wir sollten schon irgendwo in der Nähe bleiben. Herab. Tapatap. Herabtapatap. Okay, Herrschaften, die ihr das hier seht, ihr dürft mir Namen für weitere Kolonien posten. Mal schauen, ob wir irgendwelche anderen absurden Namen noch finden. Auf jeden Fall. Okay, mein Construction Ship. Du wartest, bis der da ist und dann kannst du gleich woanders hingehen. Und wieder was bauen. Wow, Minus 10 Energie. Gar viel Verlust an Energie schon. Hm, hm. Hm, ok. Aber apropos müsste ich da nicht. Hey bitte, was? Ah, ah, ich habe schon 7 von 8. Sehr gut. Beugt nicht durch. 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 So, jetzt bin ich aber gespannt. Beugt nicht durch. 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 Aber. So, wie nennen wir diese Kolonie. Klacksnaxtab und Tappatab haben wir schon. Nennen wir es. Flut. Raktam. Na, jetzt ist gleich aus mit unserer Energie. Was passiert dann eigentlich. Wir haben alles. In order to find out. Wie der Keramek pot. In der Stellar orbit. Wir sind alle verrückt. Vielleicht sind wir alle verrückt. Vielleicht ist es nicht. Vielleicht ist es nicht. Wir haben auch. Wir sind fertig. Wir können nichts mehr machen. Warum? Warum? Wir haben viel Zeit. Wir haben viel Zeit. Wir haben viel Zeit. Wenn wir nicht. Not stomach to keep investigating the damned thing. Okay. Wir haben also keine Ahnung was das ist. Wie es dort hingekommen. Warum es dort ist. Super. Wir haben Influenced Gain. Na, schau an. Ich weiß zwar noch nicht, ob wir den so bald brauchen. Aber wir haben ihn immerhin. Ja. Na dann, auf zu weiteren Gefilden. In ihm war ziemlich dämlich, da ist ja nichts. Ach, gehen wir aus, machen wir es trotzdem. We have encountered some form of alien vessels in Nuwanka system. These strange objects have inflicted a theta menace. Until we can learn more about them, we should proceed with caution. Interesting. Okay. Theta Menace researchen wir, ist doch klar. Military Academy ist jetzt eh nicht so wichtig. Yes. Wir haben die Quantentheorie entwickelt. Hm. Was machen wir als nächstes? Assist researchen wir. Develop speed plus 50%, colony ship build cost minus 25%. Hm. Hm. Dadurch werden Kolonien schneller gebaut. Na ja. Ist das wurscht oder ist das wurscht? Na ja, bei den Energiekosten die sie haben, ist es nicht wurscht eigentlich. Energy storage. Ah, das klingt gut. Energy storage produces. Ja, das machen wir glatt. Wir brauchen mehr Energie. Apropos mehr Energie. Wie. Wir sollten mal nach Klaxnachstab gehen. Ha. Wir können Sachen upgraden. Wir können dann Versieglerburt bauen. Hm. 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 Signs of battle. There is clear evidence. The massive space battle took place in close orbit of Topalum-3a at some point of the last 5,000 years. No, no. Noch nicht so lange her. The surface on one side of the moon is pockmarked with craters from stray weapons blasts and scans from KKK hug-wrap mitzoptics. I have picked up several hulks. Uh. Picked up several hulks on the ground through these react ships. Though these react ships are all in very poor condition, the fact that anything remains at all after the damage they must have sustained is a testament to their advanced design. Science officer Krütiküptiker is preparing an expedition to sift through these relics. Mount Graveyard Expedition. Das klingt gut. Situation log updated. Colony established. Special project completed. Wow. Zu viel auf einmal. Ah. Die ersten Ideen, die wir gefunden haben. Und jetzt das Skill-free. Ah, ja. Das passt. Du. Researcher's Project. Excellent. Ha. Wir haben das Fax Klanger Pact gefunden. Offensichtlich auch irgendwelche Insekten. Schauen wir gleich einmal an. Fax Klanger Pact. Individualisten. Xenophil. Und Militaristen. Okay. Wir sind Kollektivisten. Xenophil. Xenophob. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ähm. Militaristen sind sie auch. The way forward lies in our hands. Fax Klanger. Hm. Send regards from the ruling council of the Fax Klanger Pact. We hope for a productive relationship of our... Ja, klar. The way forward lies in our hands. Na, das klingt doch nicht einmal so schlecht. Ich hätte doch Alien Scam sagen. So können. Hu 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 hu. Na gut. First Alien Encounter. The news that we have encountered. Intelligent Alien Life for the first time has shaken our society to the core. Leaked footage of these bizarre creatures is spreading through media outlets across the Klacknack Prax Science Collective. And many citizens have been gripped by panic. Rioting has been reported in several cities on Klacksnack Stab. The strange... The strange... The strange... The strange Xenos appear to have achieved a level of technology similar to our own. And they are clearly spacefaring. Whether they regard our great species with fear, hatred or cold indifference is anyone's guess. We should... We should assume the worst. We have... No, sorry. Not there. Lot, come on there... Let's start! What's wrong. Ancient communities have a secret... And it's a secret Spider. What exists here... Theיקoden... Ich dachte, sie sind etwa so stark wie wir. Die haben vier Planeten und 42 Leute, während wir zwei Planeten 17 haben. Dann schauen wir mal, wo sie sind. Da im Norden. Das gefällt mir gar nicht. Und sich die da in meine Richtung ausbreiten. Hat ihr nichts besseres zu tun? Naja, egal. Auf jeden Fall, ich bin schon ziemlich müde. Und wir, meine Herrschaften, werden für heute Schluss machen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis bald.